ARD Text im Auftrag von Funk Wunderschönen guten Tag, liebe Damen und Herren! Ich bin der Flo und das ist auch der Flo. Wir haben eine kleine Ankündigung zu machen, denn es ist endlich soweit. Wir haben einen Termin für den Stream und das reimt sich sogar, um euch unsere Yu-Gi-Oh! Begeisterung zu zeigen. Ich glaube, das würden wir fast nochmal machen. Ach, das ist okay. Um euch natürlich nochmal zu danken für die 1000 Abonnenten. Wir sind jetzt bei 1100. Genau, wir haben jetzt fast die 1100 geknackt und das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber gut, es ist jetzt das erste Mal, dass wir streamen und da wollten wir einfach mal ein bisschen vorbereiten. Korrekt. Es ist ja immer so eine Sache, ihr wisst das ja eh schon, ihr wisst Bescheid. Ja, aber wir haben jetzt ein Datum auf jeden Fall stehen und es wird am Samstag, den 13. Mai. Ja, Mai. Am 13. Mai. Um 17 Uhr geht's los und wir planen bis um 22 Uhr zu streamen. Das heißt, von 5 bis 10, wer ausrechnen kann, wie viel das ist, der bekommt von uns ein plus 1. Ja, großartig. Wir lassen uns natürlich vor, dass wir das Programm erweitern können und beziehungsweise überziehen können. Das ist natürlich alles auch euch geschuldet. Wenn ihr Bock habt, uns zuzuschauen, dann schaltet halt so rein. Ist mir scheißegal, dann schaltet ein. Am 13.5. Um fucking 17 Uhr. Und zwar... Fucking Yu-Gi-Oh! Flo! Und Flo! Yu-Gi-Oh! Ja, jetzt mal zivilisiert. Ja, das Programm... Ja, wir haben kein Programm. Also das Video. Ja, das wissen wir eigentlich schon in unserem Ankündigungs-, Ankündigungs-, also Ankündigung von der Ankündigung. Also das letzte Video, was wir gemacht haben zu den 1000, oder wo wir fast die 1000 erreicht haben, da haben wir ja gesagt, was wir erstmal durchnehmen wollen und das wird dann auch so der Plan sein. Korrekt. Und wir machen das ganz flexibel, je nachdem wie ihr Bock habt. Ich meine, wir schreiben ja dann ganz offen mit euch. und wenn ihr sagt so, ja, erzählt mir das und das oder macht mir vielleicht jetzt das Duell oder so, dann schauen wir einfach und machen das halt so, dass es halt passt. Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Wie ihr Bock habt und so, dass es halt Spaß macht. Korrekt. Wir werden natürlich vielleicht ein oder zwei Segmente haben, die wir schon vorbereitet haben, weil fünf Stunden... Wir können... Einige Sachen, die wir halt einfach gerne machen wollen würden, sind einfach technisch nicht umsetzbar, wie zum Beispiel Live-Duelle, abgesehen von DevPro und Co. Aber das haben wir ja alles schon mal besprochen gehabt. Wir werden wahrscheinlich schon irgendwelche vorgefertigten Segmente haben, aber natürlich auch Live-Action, Live-Action, Live-Action. Eine Sache, die wir auf jeden Fall machen werden, was wir ja gesagt haben, ist auf jeden Fall diese Podcast-Runde, wo wir einfach über Junior sprechen werden. Genau, wir quasseln einfach. Mal gucken, was da in dieser Sekunde oder in diesem Figment alles passieren wird. Man weiß es nicht. Und ob wir dann im Schluss im Endeffekt zu zweit sind oder ob wir noch Add und Jetzt einladen sind. Genau, vielleicht haben wir noch ein paar Leute da und dann zocken wir einfach irgendwas. Also, das werden wir auf jeden Fall schon füllen. Seid auf jeden Fall mit am Start, seid gespannt. Und ja, wenn ihr Bock habt, wir haben auf jeden Fall Bock, dann wird das, denke ich, mal ein recht lustiger Abend. Also, genau, genau. Und die Pre-Show startet so ungefähr eine Viertelstunde, zwanzig Minuten vorher. Dann könnt ihr euch noch alle einfinden, wenn ihr Bock habt. Es wird natürlich schon live gestartet, ein bisschen Musik etc. 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 Wie bei z.B. Daniel Dabby. Ah, das ist das Schmachsinn. Auf jeden Fall haben wir um 17 Uhr geht's offiziell los, am 13. Mai, das ist ein Samstag nächste Woche. Nächstes Wochenende. Und dann erwartet euch Spielspaß, Spannung mit mir und ihm. auf YouTube? Vielleicht. Yay! Und mal schauen, was da noch so abgeht. In diesem Sinne, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet. Achso, apropos einschalten. YouTube. Genau, wir streamen das Ganze auf YouTube. Also, wir wollen jetzt nicht, dass ihr euch extra da einen Account machen müsst. Auf Twitch. Auf keinen Fall. Sondern ihr seid einfach auf YouTube am Start. Wir streamen über YouTube. Und ja, könnt ihr das halt ganz normal schauen. Also, keine komplizierte Sache. Genau. Es ist explizit. Wir wurden mehrfach gefragt, macht ihr's auf Twitch, macht ihr's auf YouTube. Wir haben gesagt, nein, Jungs, Mädels, ihr seid bei uns auf YouTube. Ihr seid unsere Abonnenten. Warum sollten wir zu Twitch gehen? Nein, wir bleiben auf YouTube, weil ihr auf YouTube angemeldet seid. Ihr könnt mitmachen. In dem Sinne, 13. Mai, 17 Uhr YouTube. Genau. Flo und Flo sind da. Einschalten. Ich hoffe, ihr seid, dass ihr da kommt. So, und damit sind wir eigentlich hier durch Korea, wollten wir eigentlich sagen. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Nächste Woche, genau. Ciao, ist gut.